Meine sehr geehrten Damen und Herren, noch etwas zum Thema Verordnung. Stellen Sie sich einfach für ein paar Sekunden Folgendes vor. Stellen Sie sich einfach vor, der Gesundheitsminister, der nach eineinhalb Monaten, übrigens knapp drei Tage vor Auslaufen einer entsprechenden Verordnung, der nach eineinhalb Monaten kleinlaut zugeben muss, dass alle seine Auskünfte und die Auskünfte der gesamten Bundesregierung, die er in Interviews gegeben hat, die er bei Pressekonferenzen gegeben hat, die er auf der eigenen Homepage verlautbaren hat lassen, im Zusammenhang mit privaten Zusammenkünften, den sogenannten Corona-Partys, dass alle diese Auskünfte keinerlei rechtliche Deckung haben. Auf gut Deutsch, dass sie illegal gewesen sind. Stellen Sie sich eine Sekunde lang vor, dieser Gesundheitsminister wäre ein freiheitlicher. Und stellen Sie sich eine Sekunde lang vor, dass der Innenminister, der diesen rechtlichen Amoklauf des Gesundheitsministers dann auch noch in einem Gleichschritt begleitet und dann die Polizisten in die Wohnungen schickt, um dort die Corona-Partys, das ist ja ein Begriff, der geprägt worden ist, um diese privaten Zusammenkünfte in ein möglichst schlechtes Licht zu rücken, um diese zu bekämpfen, ohne jede Rechtsgrundlage. Das wäre ein freiheitlicher. Nun, wenn Sie sich das vorstellen können, dann können Sie sich wahrscheinlich auch den Aufschrei vorstellen, den es in diesem Land gegeben hätte, wären diese beiden Minister Mitglieder der Freiheitlichen Partei. Da hätte es eine Welle der Empörung gegeben und ich glaube, da übertreibe ich nicht. Die hätte in Wien ihren Ausgang genommen, wäre bis Brüssel gegangen und von dort mit der doppelten Wucht wieder retourgekommen. Da hätten wir ein Aufjaulen gehabt, beginnend in der Hofburg. Da hätte sich die Richtervereinigung zu Wort gemeldet, die Rechtsanwaltskammer. Und da hätten sich die Zivilgesellschaft hätte sich organisiert und da hätten sich natürlich auch die Chefredakteure zusammengehängt und eingehängt zu einer gemeinsamen Aktion zum Schutz der verfassungsmäßig garantierten Rechte. Ich sage das deshalb alles, weil es alle diese Widerstandsmaßnahmen in anderen Fällen gegeben hat, wo es überhaupt keinen Anlass dazu gegeben hat. Jetzt, wo der Anlass gegeben wäre, schweigen im Walde. Schweigen im Walde und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist eine beschämende Erfahrung, zum 75. Geburtstag dieser Republik diese Erfahrung machen zu müssen, dass die selbsternannten Graushüter der Demokratie angesichts dieser massiven Rechtsbrüche, die es hier gibt, einfach schweigen und den Mund halten. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020